Information zu RB51 nach Bächtersbach über Langensellbold. Abfahrt 20.03 Uhr, heute ca. 5 Minuten später. Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und bedicken Sie den gegenseitigten Bereich hier, dann halte es zurück. Gleif 6, Einfahrt RE50 nach Frankfurt am Rhein-Hauptbahnhof über Frankfurt am Rhein-Büten, in Abschnitten A bis B, Abfahrt 20.09 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Das sind die Bahnansagen von Heiko Kraul in Hannover Hauptbahnhof. Information zu ICE 376 nach Berlin-Gesundbrunnen über Berlin-Hauptbahnhof. Abfahrt 20.14 Uhr, heute ca. 10 Minuten später. Gleis 7, Einfahrt RB51 nach Bächtersbach über Langensellbold in den Abschnitten A bis D, Abfahrt ursprünglich 20.03 Uhr. Gleis 8, Vorsicht bei der Einfahrt.